Rottweiler Der Rottweiler war ursprünglich ein Hund, der gezüchtet wurde, um Vieh zum Markt zu treiben. Später wurden sie zum Ziehen von Karren für Metzger eingesetzt. Sie gehörten zu den ersten Polizeihunden und leisten einen ehrenvollen Dienst im Militär. Vor allem aber sind sie beliebte Familienhüter und Freunde. Neulinge unter den Tierhaltern sollten sich vorsehen, denn diese Hunde sind stark und intensiv. Sie brauchen erfahrene Pflege und Ausbildung. Konsequente, energiegeladene Tierhalter werden in einem Rotti einen liebevollen, treuen und intelligenten Freund fürs Leben finden. Interessante Fakten über diese Rasse Genau wie der mythische griechische Held Herkules ist der Rottweiler stark und treu, aber mit einem liebenden Herzen. Die Rasse, die auch liebevoll Rotti genannt wird, hat ihren Ursprung in Deutschland, wo sie zum Treiben von Vieh und zum Ziehen von Wagen für Bauern und Metzger eingesetzt wurde. Dieses Erbe spiegelt sich in der breiten Brust und dem kräftigen, muskulösen Körper des Rottis wieder. Wenn er sich bewegt, zeigt er Kraft und Ausdauer, aber wenn man ihm in die warmen, dunkelbraunen Augen schaut, spiegelt sich darin ein sanfter, intelligenter, wacher und furchtloser Ausdruck wieder. Ein gut erzogener Rottweiler ist ruhig und selbstbewusst. Fremden gegenüber ist er in der Regel zurückhaltend, aber niemals ängstlich oder furchtsam. Rottweiler zeigen eine abwartende Haltung, wenn sie mit neuen Menschen und Situationen konfrontiert werden. Wenn diese Eigenschaften richtig zusammenkommen, ist der Rottweiler ein natürlicher Wachhund mit einem sanften Gemüt, der nicht nur bei der Polizei, beim Militär und beim Zoll erfolgreich ist, sondern auch als Freund und Beschützer der Familie. Rottweiler haben einen natürlichen Instinkt ihre Familien zu beschützen und können bei der Verteidigung sehr wild sein. Es ist wichtig ihre Kraft- und Beschützerinstinkte zu kanalisieren, indem sie frühzeitig sozialisiert werden und eine feste, faire und konsequente Ausbildung und Führung sowie eine regelmäßige Aufgabe erhalten. Geschieht dies nicht, können Rottweiler zu gefährlichen Tyrannen werden, anstatt die geselligen Beschützer zu sein, die sie eigentlich sein sollten. Rottweiler bewegen sich auf einem schmalen Grat zwischen Beschützertum und Aggressivität. Wenn sie nicht sorgfältig auf ein ruhiges, intelligentes Temperament gezüchtet und richtig sozialisiert und trainiert werden, können sie übermäßig beschützend werden. Das klingt für leicht nach dem was sie wollen, aber ein Rotti, dem die Fähigkeit zur Unterscheidung fehlt, ist für jeden gefährlich dem er begegnet, nicht nur für die bösen Jungs. Sie müssen in der Lage sein ihrem Rottweiler eine Führung zu bieten, der er vertrauen und die er respektieren kann, ohne auf Wut oder körperliche Gewalt zurückzugreifen. Andernfalls wird er die Rolle des Leithundes für sich beanspruchen. Bei einem so starken und intelligenten Hund wie dem Rottweiler ist das ein Rezept für eine Katastrophe. Im Gegensatz zu dem, was sie vielleicht schon gehört haben, sind Rottweiler nicht temperamentlos oder von Natur aus bösartig. Gut erzogene, gut sozialisierte Rottweiler sind verspielt, sanft und liebevoll zu ihren Familien. Sie sind leicht zu erziehen, wenn man sie mit Respekt behandelt, und sie sind großartige Begleiter. So wunderbar Rottweiler auch sein können, sie sind nicht der richtige Hund für jeden. Sie müssen sich nicht nur der Ausbildung und Sozialisierung ihres Rottweilers widmen, sondern sich auch mit Menschen auseinandersetzen, die die Rasse nicht verstehen und sie vorverurteilen. Sie können ihren Teil dazu beitragen, den Ruf der Rasse wiederherzustellen, indem sie ihren Rottweiler dazu erziehen, Menschen zu gehorchen und zu respektieren. Am wichtigsten ist, dass sie ihren Rottweiler nicht in den Hinterhof sperren und ihn dort allein lassen. Er ist ein Hund, der seinen Menschen gegenüber loyal ist und bei ihnen sein möchte. Wenn sie ihm die nötige Führung und Struktur geben, werden sie mit einem der besten Gefährten der Welt belohnt. Geschichte Rottweiler stammen vom Molossus ab, einem Mastiffartigen Hund. Ihre Vorfahren marschierten mit den Römern nach Deutschland und trieben das Vieh, das sie bei der Eroberung der bekannten Welt versorgte. Auf ihren Reisen paarten sich die großen Hunde mit Hunden, die in den Gebieten, die sie durchquerten, heimisch waren und legten so den Grundstein für neue Rassen. Im Laufe der Jahrhunderte florierte Rottweil als Viehmarktplatz. Die Nachfahren der römischen Molossushunde trieben das Vieh zum Schlachten in die Stadt. Um ihr Geld nach dem Verkauf des Viehs vor Dieben zu schützen, legten die Viehzüchter ihren Rottweilern die gefüllten Geldbörsen um den Hals, wenn sie nach Hause kamen. Die Metzger der Gegend setzten die Hunde auch ein, um die mit Fleisch beladenen Karren zu ziehen. Schließlich wurde der Viehtrieb damals verboten und durch den Eisenbahntransport ersetzt. Der Rottweiler war fast ausgestorben. Auf einer Hundeausstellung in Heilbronn, in Deutschland, wurde 1882 nur ein einziger unscheinbarer Rottweiler ausgestellt. Das änderte sich erst 1901, als der Rottweiler und Leonberger Club gegründet und der erste Rottweiler-Rassestandard verfasst wurde. Die Beschreibung des Aussehens und des Charakters des Rottweilers hat sich seither kaum verändert. Rottweiler wurden zunehmend bei der Polizei eingesetzt, wofür sie gut geeignet waren. Im Laufe der Jahre wurden mehrere Rottweiler Zuchtvereine gegründet, aber derjenige, der sich am längsten halten konnte, war der allgemeine deutsche Rottweiler-Club, ADRK, der 1921 gegründet wurde. Der ADRK überlebte den Zweiten Weltkrieg und setzt sich bis heute für gute Zuchtprogramme in Deutschland und der ganzen Welt ein. Er hat sich der Erhaltung der Arbeitsfähigkeit des Rottweilers verschrieben. Charakter Der ideale Rottweiler ist ruhig, selbstbewusst und mutig, niemals schüchtern. Er hat eine selbstsichere Unnahbarkeit und schließt nicht sofort oder wahllos Freundschaften mit Menschen. Stattdessen nimmt er bei neuen Menschen oder Situationen eine abwartende Haltung ein. Bei seiner Familie ist er anhänglich und folgt ihr oft durchs Haus. Er ist kein hochgradig erregbarer Hund. Er hat ein angeborenes Bedürfnis, seine Familie und sein Eigentum zu beschützen, sollte aber niemals ohne Grund aggressiv gegenüber Menschen sein. Der Rottweiler ist intelligent und anpassungsfähig und hat eine starke Arbeitsmoral. Zwischen den Geschlechtern gibt es einige Unterschiede. Rüden sind ruhig, aber wachsam und prüfen ständig ihre Umgebung auf Bedrohungen. Hündinnen sind etwas leichter zu kontrollieren und können anhänglicher sein. Beide sind sehr gut erziehbar, können aber stur sein. Rottweiler erfordern eine strenge, konsequente, aber nicht zu harte Disziplin. Ein scharfes Wort reicht oft aus, um ihn zurechtzuweisen, aber nur, wenn sie ihre Führungsrolle deutlich gemacht haben. Andernfalls könnte er versuchen, sie zu schikanieren oder zu blöffen. Dieser Hund ist nichts für Menschen, denen es an Durchsetzungsvermögen mangelt oder die keine Zeit für die Ausbildung und Überwachung haben. Um sich den Respekt eines Rottweilers zu verdienen, muss man ihm Grenzen setzen und ihm Konsequenzen für unangemessenes Verhalten beibringen, was beides Zeit und Geduld erfordert. Das Temperament wird von einer Reihe von Faktoren beeinflusst, darunter Vererbung, Training und Sozialisierung. Welpen mit einem angenehmen Temperament sind neugierig und verspielt, gehen gerne auf Menschen zu und lassen sich von ihnen halten. Entscheiden Sie sich für einen Welpen aus der Mitte der Gesellschaft, nicht für den, der seine Wurfgeschwister verprügelt oder sich in der Ecke versteckt. Treffen Sie sich immer mit mindestens einem der Elterntiere, in der Regel ist die Mutter diejenige, die zur Verfügung steht, um sicherzustellen, dass sie ein angenehmes Temperament haben, mit dem sie sich wohl fühlen. Ein Treffen mit Geschwistern oder anderen Verwandten der Elterntiere ist ebenfalls hilfreich, um einschätzen zu können, wie ein Welpe sein wird, wenn er erwachsen ist. Wie jeder Hund brauchen auch Rottis eine frühe Sozialisierung, das heißt sie müssen schon in jungen Jahren mit vielen verschiedenen Menschen, Sehenswürdigkeiten, Geräuschen und Erfahrungen in Kontakt kommen. Die Sozialisierung trägt dazu bei, dass Ihr Rottweiler Welpe zu einem vielseitigen Hund heranwächst. Die Teilnahme an einer Welpenschule ist ein guter Anfang. Wenn Sie ihn in belebte Parks, in Geschäfte in denen Hunde erlaubt sind und zu Spaziergängen mit Nachbarn mitnehmen, können Sie seine sozialen Fähigkeiten ebenfalls verbessern. Haltung Für Rottweiler ist es wichtig, dass Sie in einem Haus mit Ihren Menschen leben. Wenn Sie die ganze Zeit allein im Garten sind, können Sie sich langweilen, zerstörerisch und aggressiv werden. Obwohl Sie groß sind, sind Rottweiler in Innenräumen nicht sehr aktiv. Ein Rottweiler ist ein Stubenhocker, aber er braucht einen eingezäunten Hof. Nicht nur um ihn vor dem Verkehr zu schützen, sondern auch, weil er gegenüber anderen Hunden und Fremden, die sein Grundstück betreten, aggressiv sein kann. Ein Zaun kann Ihren Rottweiler nicht in Ihrem Garten halten, wenn er wirklich nach draußen will. Noch wichtiger ist, dass er Menschen oder andere Tiere nicht daran hindert, ihr Grundstück zu betreten. Stellen Sie ein Schild auf, das Fremde und Nicht-Familienmitglieder auffordert, ihr Grundstück nicht ohne ihre Begleitung zu betreten. Das Energieniveau des Rottweilers reicht vom Stubenhocker bis zum Wirbelwind. Teilen Sie dem Züchter mit, welches Energieniveau zu Ihnen passt, damit er Ihnen helfen kann, den besten Welpen für Ihren Lebensstil auszuwählen. Mäßig aktive Rottweiler freuen sich über ein paar 10- bis 20-minütige Spaziergänge pro Tag. Sie spielen auch gerne mit Bällen und gehen wandern. Energischere Rottweiler brauchen möglicherweise längere Auslaufzeiten und strukturiertere Aktivitäten. Aufgrund Ihrer Sportlichkeit, Intelligenz und Trainierbarkeit eignen Sie sich gut für Agility und Obedienst sowie für Fährtensuche, Therapiearbeit und Ihre traditionelle Aufgabe, das Ziehen eines Karrens oder Wagens. Perfekt für Paraden Wenn Sie Ihren Rottweiler trainieren, sollten Sie daran denken, dass er geistig stimuliert werden muss. Er lernt gerne neue Dinge und möchte Ihnen gefallen. Er kann aber manchmal eigensinnig sein. Seien Sie fair, konsequent und hart, und Ihr Rottweiler wird Sie mit seiner schnellen Lernfähigkeit belohnen. Es sollte nicht schwierig sein, Ihren Rottweiler Stuben reinzumachen, wenn Sie einen festen Zeitplan einhalten, keine Unfälle im Haus zulassen und ihn positiv bestärken, wenn er draußen sein Geschäft verrichtet. Fellfarbe und Pflege Rottweiler haben ein kurzes, doppeltes Fell, das gerade und grob ist. Das Deckhaar ist mittellang und an Kopf, Ohren und Beinen kürzer. Die Unterwolle befindet sich hauptsächlich am Hals und an den Oberschenkeln. Wie viel Unterwolle Ihr Rotti hat hängt von dem Klima ab, in dem er lebt. Der Rottweiler ist immer schwarz mit Abzeichen, die Rost- bis Mahagoni-Farben sind. Die Abzeichen befinden sich über den Augen, auf den Wangen, auf beiden Seiten der Schnauze, auf der Brust und den Beinen sowie unter der Rote. Auch an den Zehen finden sich lohfarbene Linien, die wie Bleistiftstriche aussehen. Bürsten Sie Ihren Rotti wöchentlich mit einer Bürste, die festen Borsten hat, um abgestorbene Haare zu entfernen und die Hautfette zu verteilen. Er wird zweimal im Jahr haaren. Sie sollten ihn in dieser Zeit häufiger bürsten, um das lose Haar unter Kontrolle zu halten. Baden Sie ihn nach Bedarf Wenn Sie ihn im Freien baden wollen, sollte es so warm sein, dass Sie selbst ein T-Shirt tragen könnten. Wenn nicht, ist es zu kalt, um Ihren Rotti draußen zu baden. Putzen Sie die Zähne Ihres Rottis mindestens zwei- oder dreimal pro Woche, um Zahnstein und die darin lauernden Bakterien zu entfernen. Tägliches Putzen ist sogar noch besser, wenn Sie Zahnfleischerkrankungen und Mundgeruch vorbeugen wollen. Gewöhnen Sie Ihren Rottweiler schon im Welpenalter daran gebürstet und untersucht zu werden. Fassen Sie häufig seine Pfoten an, Hunde sind empfindlich, wenn es um ihre Füße geht, und schauen Sie in sein Maul und seine Ohren. Machen Sie die Fellpflege zu einer positiven Erfahrung, die mit Lob und Belohnungen einhergeht. Sie legen damit den Grundstein für einfache tierärztliche Untersuchungen und andere Behandlungen, wenn er erwachsen ist. Kinder und andere Haustiere Rottweiler mögen in der Regel Kinder, vor allem wenn sie mit ihnen aufgewachsen sind. In der Nähe von Kindern, insbesondere von Kleinen, sollten sie beaufsichtigt werden, da sie so groß und stark sind. Aufgrund ihrer Herkunft als Viehtreiber neigen sie dazu, sich anzulehnen und zu schubsen und können ein Kleinkind mit einem Schubs versehentlich umstoßen. Sie eignen sich wahrscheinlich am besten für ein Zuhause mit älteren Kindern, die wissen, wie man mit Hunden umgeht. Es ist auch wichtig, dass Sie Ihren Rottweiler immer beaufsichtigen, wenn Ihre Kinder Freunde zu Besuch haben. Rottweiler können durch lautes oder grobes Spiel zwischen Kindern gestört werden und versuchen, es zu unterbinden ohne zu verstehen, dass die Kinder seiner Familie nicht in Gefahr sind. Sie können auch kleine Kinder jagen, die weglaufen. Bringen Sie Ihren Kindern bei, wie sie sich Hunden nähern und sie anfassen sollen, und beaufsichtigen Sie die Interaktion zwischen Hunden und kleinen Kindern, um zu verhindern, dass eine der beiden Parteien beißt oder an den Ohren oder am Schwanz zieht. Bringen Sie Ihrem Kind bei, sich niemals einem Hund zu nähern, während er schläft oder frisst, oder zu versuchen, ihm das Futter wegzunehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!